Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Galaxy Wars. Diesmal auf der dunklen Seite versuche ich es nochmal als Boba Fett. Bis jetzt bin ich mit der Klasse noch nicht so richtig warm geworden, aber das kann sich an diesem Spiel komplett ändern. Die stürmen wir jetzt vor, genau, wir stürmen jetzt vor. Ich rede schon gleich am Anfang, komische Sachen. So, Grenade of Death erstmal raus. Da flitzen auch schon die dunklen Sys an mir vorbei. Da sind die schon. Ich habe jetzt ein paar Tage lang keinen Galaxy Wars gespielt, deswegen muss ich erstmal so ein bisschen wieder in diese Mechanik da rein kommen. Das kann ja teilweise ein bisschen hektisch werden. Lukke Linsky, Lukke Linsky hat mich aber sowas von weggefetzt. So, das hat uns nicht gefallen. Oh, jetzt sind alle Boba Fetts hier. Dann scheint die Klasse wohl doch nicht so zu sein. So, wenn wir gehen jetzt hier Schaden und ich. Jawohl. Und sogar noch 12 Coins. Jetzt ist das nicht so traumhaft. Stimme ist voll. Ach, Scheiße. Volumen. Äh, Kalum. Boah, jetzt sind meine Stimme an den Zug zu versagen. Aber Boba Fett hat ja eh so eine raue Stimme. Dann passt das ja eigentlich ganz gut. Darum will jeder wird erstmal sagen, Dingens. So. Wo will der hin? Ich krieg dich richtig richtig nicht ein Treffer. Komm, 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 komm. Jawohl. Hat er sich gedacht, dass er sich einfach an uns vorbei sprechen kann. Aber nicht mit Boba Fett. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Und halt, und diese... Wo ist denn? Lukke Linsky. Schon wieder Lukke Linsky. Unser Erzfeind. Zumindest in diesem Spiel. Okay. Wir gehen jetzt mal zu Trooper. Ich glaub, da sind wir einfach das Wied. So, komm, komm, kann man. So, sehr gut. Turret. Und unser Blaster. Das hat überhaupt noch nichts zu bedeuten. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Jetzt sind wir am Schlachtfeld. Gibt's schon ein Glockenspiel für uns. Und die Gegner fallen wie die Fliegen. Haha. Wo will der hin? Nee. Oh, oh, oh. Ich bin schon. Okay. Der war ein toten Winkel. Den konnte ich gar nicht sehen. So. Äh. Okay. Achso. Ich spawnen hier noch. Ich dachte schon gerade. So. Weiter geht's. Ach. Jetzt geht das wieder los. Das machen ganz woanders spawnen. Wir nehmen uns jetzt erstmal unseren... Achso. Ich hab übrigens gewechselt. Falls euch das hier auch gefallen ist. Muss ich natürlich auch sagen. Ich mach einfach. Ich sag komm jetzt schon. So. Vielleicht können wir ja als Darker Lord hier so ein bisschen die Menge aufwischen. Hier, da sind's auch schon welche. Komm. Komm. Dicht nimm ich. Haha. Chewbacca, komm her du. Okay. Okay. Keine Gegner. Gutes Zeichen. Da ist einer. Äh. Da ist einer. Komm, 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 komm. Und, und. Oh Gott. Ich will ihn. Ich will ihn. Ich will ihn. Ich will ihn. Oh. Ah. Ich bin gebankt worden. Okay. 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 So. Erstmal hier stehen die Schüsse abwehren. Komm. 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 Okay wir gehen wieder zu girlfriends. In dem Spiel habe ich gemerkt bin ich dann doch besser als super unterwegs. Dann macht man das einfach. So. Hier geht's natürlich nicht lang. das war die gegner verwirrt taktik man muss immer unberechenbar bleiben dass wenn man da lang geht wo man vom gegner wartet wird dann bringt das nichts nicht eingetroffen nicht ein ok werden bremse mir den droiden mit aus ja zum spielmodus kann ich nur sagen ich weiß gar nicht ob er gefeiert wird auf dem hypixel auf dem hypixel server gibt es also da spiele ich ganz gerne da gibt es auch noch andere spielmodi aber der macht mir irgendwie von allen noch mit am meisten Spaß weil ich nicht so der jumper bin das heißt bei allen dingen wo es ums rumjumpen geht da ich übe nur sagen wir es mal so und das ein bisschen stört will ich nicht sagen aber was ich hier finde was die besser machen können ist der ente ich will man nicht also was ich besser finden würde ist wenn es da auch noch mal eine andere map geben würde weil der klumpen der klumpen wieder wo war ich ach ja eine andere map eine andere map auch wenn die hier relativ groß ist und weiß ich nicht also da um einfach eine abwechslung zu schaffen einfach eine abwechslung vielleicht kommt jetzt aber noch was ich meine star wars ist jetzt ja wieder entkommen allein durch den kinofilm oder kinofilme die da jetzt irgendwie angekündigt worden sind vielleicht tut sich da noch mal was da gibt es auch noch mal einen anderen spielmodus auch nach wie aus dem star wars universum fände ich auch irgendwie alles cool aber momentan macht auch das irgendwie natürlich spaß und viele kennt den modus noch gar nicht das heißt einfach um auch noch mal zu zeigen was man in minecraft alles machen kann finde ich das ganz interessant so wir schlagen uns glaube ich ganz gut ich denke mal der gegner wird nicht großartig chancen haben obwohl eine minute nicht auf geht nicht auf wir kriegen das sind wir kriegen das hin insgesamt macht das wir versuchen ja den duiden zurückzuhalten aber nee ich glaube diesen punkt den werden wir noch verlieren guckt euch das an ich komme ich komme aber nicht eingetroffenen lang liefen noch tausend leute rum ich bin ich richtig ich komme hier hit points ohne ende der hat sich um die jacke versteckt kommt dr cookie jetzt noch in richtung wir hatten noch eine richtung okay so zwölf prozent vier minuten das könnte eng werden aber erst mal sehen dass wir keine jahre nachkommen dann kann sich auch der und schon kommt schwebacher um die ecke okay okay moving shit ob das team das hinkriegt natürlich weiter weiter komm 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 ich bin ich da hinten jetzt headshot headshot und nicht einen treffer okay wir wollen gewinnen auf jeden fall deswegen gehen wir jetzt auch noch mutiger hier nach vorne wo kann ich runter fallen und nichts na komm ha lakalinski sehr gut auch wieder noch eine rechnung auf den meister so ich glaube das ist gar nicht so gut die steht immer in der nähe von lorin ich muss dann flashbang 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 wo sind denn die gegner waiting okay nur das könnte klappen ich komme jetzt alle nur noch von da hinten und wir stehen hier immer zu dritt oder zu viert am droiden das könnte klappen und da sag ich es mach ihn alle machen alle machen alle so was ein kurzer blick auf die stats naja warum guck ja auf die stats schwummig tot doch schon länger mit dem respawn ne eine minute 45 prozent ui raus aus mir ok sehr gut ja so dann gehe ich mal zum drüben flashbang die schlüsse gegen uns nichts aber auch wenn ich die ziele gehen sind es nichts also von daher kein großer unterschied 60 sekunden 50 prozent und wir haben nur noch ein herz 50 sekunden auf 49 prozent ok 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 ich habe so der schweiß gemacht war man langes match bevor bis zum nächsten mal, macht's gut, tschau.